Pitchfrog Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial Diesmal geht es um den Noise Modifier von den F-Kurven Modifier und diesen Modifier möchte ich mal nicht anhand eines Würfels erklären, der nach oben fliegt oder irgend sowas, sondern anhand einer Lampe. Das kann man ja auch auf alle möglichen Objekte und Animationswerte anwenden und ich nehme jetzt mal diese Lampe und gebe da mal eine Animation das heißt ein Keyframe gehe jetzt in die Power rein und drücke mal I, um die Helligkeit zu animieren und gehe jetzt mal zu in den geänderten Modus und schalte es vielleicht mal ein bisschen in rötliche Farbe ein So, jetzt gehe ich hier zur Timeline, drücke Steuerung und Tabulator Taste und habe jetzt hier die Power der Lampe und gehe wieder hier auf die Modifier Add Modifier und nehme den Noise Modifier. So, jetzt bin ich hier ziemlich weit reingescrollt, jetzt muss ich ein bisschen raus scrollen, da wird es hier oben, hier oben ist die Kurve und jetzt gehe ich hier mal ran und da sehen wir schon, was der neue Modifier macht. Ich schalte noch mal aus und jetzt haben wir hier eine gleichmäßige Helligkeit und wenn ich den Modifier einschalte, dann wird jetzt das Licht flackern. Allerdings ist die Werte zu gering und da kann ich jetzt die Stärke hier einstellen. Kann ich jetzt erhöhen, schalte ich mal wieder raus und stelle ich mal ziemlich stark ein und wenn ich jetzt die Animation abspiele, müsste irgendwann anfangen das Licht zu flackern und mit Scale kann ich diese Kurve jetzt weiter zusammenziehen oder weiter auseinander ziehen, dass das ganze flackern langsamer wird. Dann habe ich wieder ein Offset, um das Ganze hier zu verschieben, diesen Wert um die Phasen zu verschieben. Depths, damit kann ich hier noch weitere Schritte einfügen, das heißt das feiner unterteilen sozusagen. Wenn ich jetzt mal hier ran scrolle und gehe mal hier auf die Depths rein und schalte mal die Stärke etwas runter. Dann sehen wir jetzt, wenn ich hier diese Depths-Höhe, mal ein viel feineres Rauschen mit drin. Ja, und hier kann ich wieder, wie in allen Modifiern, das begrenzen. Auf Start und End, also dass das zum Beispiel hier bei Frame 20 erst beginnt und bei Frame 100 aufhört. Und hier wieder das Ausschleichen des Modifiers mit Use Influenz, wie immer den Einfluss des Modifiers auf die Kurve. Mit 0 hat das überhaupt keinen Einfluss, mit 100 den größten Einfluss. Da kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, 50 Prozent. Und wozu sich das zum Beispiel neben so flackernden Lampen noch sehr gut eignet, ist, wenn ich zum Beispiel mal eine Kamera-Animation nehme. Schauen wir mal mit 0 durch die Kamera. Mit Shift und Ö richtig die mal aus auf die Lampe. Und gebe jetzt ein Keyframe für die Rotation. Und kann jetzt hier zum Beispiel den X-Wert nehmen. Und hier ein neues Modifier drauflegen. Und die Stärke mal etwas zurückstellen. Auf 0,1 erstmal. Und dann die Skalierung. Und jetzt schauen wir uns die Kurve mal an. Und die Stärke ist noch zu stark eingestellt. 0,01. Und vielleicht noch etwas 0,02. Und jetzt kann ich den Modifier kopieren. Gehe auf die Y-Achse. Füge den ein. Und kann jetzt hier eine andere Skalierung machen. Eine andere Phase ein bisschen verschieben. Und kann das nochmal duplizieren. Und auf der Z-Achse einfügen. Und hier nochmal die Phase etwas verändern. Die Skalierung etwas verändern. Und da habe ich jetzt so eine Kamera wackeln. Es hätte die jemand in der Hand. Oder es wäre die Kamera auf ein Schiff. Oder irgend so was. Und das würde unheimliche Mühe machen, solche Animationen von Hand zu animieren. Und damit kann ich hier relativ gute Animationen mir von Blender erstellen lassen. Ich kann jetzt trotzdem, wenn ich mal zurück auf Frame 0 gehe. Und Shift und E noch mal drücke. S. Wenn ich jetzt mal zurück gehen. Und für die Location und Rotation und Keyframe setzen. Und dann mal hier weiter rangehen. Shift und E. Und wieder für die Location und Rotation und Keyframe setzen. Und jetzt habe ich hier so eine Animation. Das aussieht, als ob jemand hier mit der Kamera langläuft. Ja, das kann ich natürlich jetzt die verschiedenen Werte noch genauer anpassen, wie ich das haben will. Also sehr vielseitig von Lampenanimationen, wo man dann auch zum Beispiel Feuer animieren kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat hier irgendwie eine Hauswand. Und hinter dieser Hauswand soll ein Feuer sein. Und mache jetzt ja keine komplette Rauch-Simulationen, sondern habe einfach hier eine Mauer. Und da hinten flackert ein Feuer. Könnte ich das jetzt mit einer Lampe animieren. Also der Noise-Modifier ist unheimlich vielseitig. Ja, das soll das für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video schauen wir uns dann Limits an. Ja, und da wünsche ich euch noch eine schöne Zeit mit Blender. Und vielleicht sehen wir uns dann in diesem Video wieder. Pitch Frog